Terraria! Terraria! Blood Moon! Blood Moon is rising! Ich liebe du Zombie! Hier sind wir wieder. Wenn wir eine Aufnahme machen wollen, kriegen wir Blood Moon. Das ist richtig gut. Das ist halt Maxed Power. Nach einer langen Pause willkommen wieder bei Terrarira. Das ist dieses Spiel wie Minecraft in 2D nur mit viel mehr. Jetzt gehst du auf die Tür. Könntest du mal aufhören? Dein Laser-Statout. Stirr, du Zombie! Ich hab jetzt gerade das LOL entdeckt. Ja, nicht als ob wir das schon seit irgendwie 20 Folgen haben. Nein, das haben wir doch in der letzten Folge erst gemacht, oder? Nee, 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 das haben wir schon länger. Keine Ahnung, alles ist lange her. In der Zwischenzeit habe ich ja 2 andere Spiele aufgenommen. Immer noch nicht veröffentlicht. YouTube braucht schon wieder so lange. Guck, da ist einer. Bleibst du hier. Was wollen wir heute in der Aufnahme machen? Das ist eine gute Frage. Wir können einmal unser Laserschwert schwingen. Ah, ich weiß, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben diesen Tunnel zur Hölle gebaut. Ich hab keinen Laserschwer, aber ich hab das oben geworfen. Hey, ich hab zwei Laserschwerter, oder? Kannst du mir ja meinen. Ja, hier. Oh, das ist aber ganz schön groß. So. Oh, ja. Ah nee, warte, wir haben hier diesen Portstein. So. Komm her, du Auge. Haha, ins Gesicht. 240 Leben haben wir schon, okay. Ich meine, ich hab jetzt in die letzte Folge nicht reingeguckt. Äh, aber ich meine, wir haben am Ende der letzten Folge gesagt, dass wir die Kisten sortieren werden. Äh, nach der Aufnahme. Wir haben nach der Aufnahme einfach ausgemacht. Die Kisten sind immer noch alle voll. Ja, das machen wir einfach nach der heutigen Aufnahme, nachdem Micha dann einkaufen war. Ja, genau. Ich glaub wir werden die Kisten nie sortieren. Stirb du, Zombie! Also was wir noch machen, wir, wir könnten in die Hölle und die Hölle vorbereiten. Aber ich glaub das machen wir, wenn mal wieder Bloody dabei ist. Also wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme. Weil der liebe Herr Bloody liegt momentan... Oh, Beklemmung. Äh, liegt momentan leider im Bett. Und äh, könntest du... Hat Angina. Was ist das? Ich glaub Angina heißt das. Ich weiß nicht. Also ich hab das gewikipediat und da stand Beklemmung. Beengung. Also Beklemmung. Ähm, ich denke das soll so in die Richtung gehen. Ich habe keine Ahnung, aber kann sein, dass er sich in Foto Stellung zu Hause hingelegt hat. Ne, ich hab ne, ich kann nicht. Das muss so sein sein. Ah stimmt, es verbraucht ja Mana. So. Also ich liebe ja Platmon, weißt du? Ja, wir wollten noch so ein paar... Wir, wir könnten in den Dschungel zum Beispiel mal... Ich glaub der war auf der linken Seite. Den haben wir doch schon mal gesucht oder so. Ja, auf der rechten Seite haben wir den mal nicht gesucht. Ja, da müssen wir mal... Einfach mal wieder ein bisschen Welt erkunden. Ich muss mal auf die Ruhe schauen. Ähm, oh zwei Sterne. So. Ist immer noch blau... Ja, ist immer noch blau... Es ist immer noch mitten in der Nacht, Micha. Und ich hab... Oh man... Oh man... Lol... Corruption. Ja... Oder hier ist auch Corruption. Ja, die ist auf der rechten Seite. Ja, das... das verfolgt mich. Ist... Die Corruption verfolgt dich. Ach ja, und ich hab keinen Sprung. Das hab ich glaub ich Bloody gegeben. Kein was? Also kein Doppelsprung. Die Wolke dürfte Bloody haben von mir. Ach so, oh. Ja... Eine Aufnahme schaffen würde ich schon. Oh! Lol! Das meine ich. Friss! Ach ja, und wenn das hier ein bisschen laggt... So, dann jetzt. Ach, ich hab jetzt gewusst. Ja, falls es laggt, ist es mein Internet. Weil wir gehen gerade über iMac sein iPhone ins Internet. Ja, aber über WiFi und nicht über... Ja, normal ist es ungefähr... Es ist eigentlich so sch... Ja, ein bisschen langsamer als das LAN. Egal. Äh... It... It just works. Das ist nicht gemacht für eine dauerhafte Verbindung. Ansonsten funktioniert das. Also, solange der Dock-Connector nicht glüht, hab ich da kein Problem mit. So, ein Fischglas, ein Wasserglas. Toll, aber was zum Springen haben wir nicht. Stirb! Okay. Sehr gut, dann würde ich sagen, dass wir jetzt hier mal die restlichen Viecher töten. Oder uns jetzt schon auf dem Weg machen in einen Dschungel. Achja, beim letzten Mal haben wir geguckt, dass wir unsere Nightmare-Items kriegen, damit wir alles abbauen können. Auch Opsi und sowas. Nightmare war von Meteoriten, gell? Ähm... Ja, ich schon. Und jetzt... Ich mach... Ja? Gucken wir halt, dass wir Opsi kriegen und dieses Nether-Stein da. Und dann wollten wir in die Hölle und können dann mit dem... Äh... Den Sachen in der Hölle da, können wir uns dann wieder neue Werkzeuge machen. Und damit können wir dann endlich mal... Ahja, und wir haben den Weltenfresser getötet. Das heißt... Richtig. Und ich glaube, zwei Augen, oder? Ähm... Ja, doch. Das war ja... Letztes Mal hast du doch das Auge gespawnt. Ja, genau. Ich war das, ja. Immer noch die scheiß Geschichte. Ja. Soll ich den Hammer mitnehmen? Nicht, gell, oder? Oder vielleicht können wir... Ich hab den Hammer mit. Genau, wir wollten uns eine Hamm-Axt machen. Äh... Wollen wir... Wollen wir in dieses Dungeon da reinhüpfen? Mit dem Monster-Boster? Ich würd' sagen, erstmal in den Dschungel, oder? Joaah... So, ich sollte alles haben. Meteor Hamm-Axt. Dafür brauchen wir Meteor... Also Meteor-Warren. Und Meteoriten-Warren kriegen wir, indem wir Meteoriten-Erz in den Ofen schmelzen. Das ist ja schön. Das heißt, wir bräuchten demnächst auch noch mal irgendwann einen... Neoriten. Lol, guck mal, das geht durch die Tür durch. Ja, lass mal... Lass mal in den Dschungel gehen. Solange wir noch Blood Moon haben. Solange wir noch Blood Moon haben, ist ja schon einfach genug. Äh, irgendwer hat geschrieben, wir können uns Laserschwerter machen. Ja, wir können unsere Laser-Klingen zu Laserschwertern machen. Okay, wieder zurück. Ja, aber... Och, ich hab schon wieder meinen Laserschwert hier geworfen. Wie ging wegwerfen? Tee. Tee. Ich will halt immer den Chat öffnen, damit ich dann den Bildschirm wechseln kann. Aber ich wollte jetzt gerade gucken, was wir für die, äh... Ich verteidige dich! Laserschwert. Laserschwert. Dö... Wurlaser. Dö... Tödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöddö... Das sind diese Google-Suche in Wikipedia-Schwachsinsforen. Warte mal... Laserschwert... Dö... ...obedödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödö... Wärte mal. Laserschwert ... Irgendwo konnte man doch auch F für Fackel oder so? Wir brauchen 50 Kristallscherben, dann können wir das machen und die Kristallscherben kann man im heiligen Untergrund finden. Sie lassen sich mit einem Hammer abbauen, bla 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 bla. Micha, du hast gerade, aua. Ja, das ist so, ich beschütz dich, aua, aua, aua. Ja, ich muss kurz zeug, äh, 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 fackeln wollte ich. Äh, äh, äh. Was, Petroleumfackeln? Nein, ich will ganz normale 08. Also aufgrund, bla bla bla, Flüssigkeiten, Farmen zu verkaufen, nicht. Sie können, äh, selbst können in jeder Richtung wachsen. Und er hat ein heiligen Untergrund. Heiliger Untergrund? Wie kriegen wir heiligen Untergrund? Holy Underground, äh. Heiliger Untergrund. Äh, äh, äh. Je ne sais pas. Neptuns Muscheln? Infizierter Untergrund, infizierter Untergrund, heiliger Untergrund. Mussten wir dafür nicht irgendein fettes Vieh töten, damit wir das bekommen? Heiliger Untergrund. Äh, oh, 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 oh. Ah, Biome sind in Gegenden Terrarias. Jedes Biom unterscheidet sich bla 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 bla. Hauptartikel Wald, Wüste. In der Zwischenzeit ganz viele Leute getötet. Untergrund. Untergrund. Dschungel. Untergrund. Dschungel. Unterwelt. Fäulnis. Meteorit. Verlies. Verlies meintest du, wolltest du hin, ne? Ja, Verlies und fliegende Insel, das wären so schöne Sachen, wenn wir da mal hingehen könnten. Aber die, ne, das wird vielleicht alles noch ein bisschen, heiliges Gebiet, heiliges Gebiet. Äh, taucht auf, sobald das Bossmonster Wall of Flash. Ah, okay, da. Da werden wir ja noch ein bisschen gebrauchen. Ja, aber wir können, ähm, das habe ich schon mal nachgeguckt, und zwar gibt es diese Ultra-Waffe. Ja. Wenn man, oh, jetzt muss ich hier irgendwo zu den Waffen kommen. Wie, wie konnte man denn craften? Äh, hier, Knight's Edge war das, glaube ich. Okay, und was kann die? Muss ich mal nachgucken. Genau, Knight's Edge wird an einem Dämonenalltag gecraftet, und zwar aus einer Feuer, aus einem Feuer-Großschwert, ne Grasklinge, ne Guramasa, und ne Schrecken des Tages. Hört sich ja echt gut an. Also, das ist dann ein Schwert gecraftet aus vier Schwertern. Ja. Alter. Und dafür brauchen wir zum Beispiel diese Grasklinge, und dafür müssen wir in den Dschungel, das würde ich sagen, dass wir das jetzt machen. Und zwar müssten wir dann da pro Grasklinge 15 Nissen stacheln und 12 Dschungelporen. Ich bin grad nur ein bisschen am ausflippen, weil ich, äh, Fackeln machen will, aber ich sehe keine Kohle. So ein Blödsinn, diese Kisten. Weißt du, als ob... Du musst du ehrlich Kohle? Ja. Du musst das mit diesem blauen Mädchen machen. Ach, komm, geh weg! Was bist du denn für einer? Ich denk so, Kohle, 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 Kohle. Äh, da war, nein. Mann! Links müsste die irgendwo sein. Ich hab aber auch noch. Und hier sind auch noch 15, hab ich mir eingesteckt. Höhe, 15! Gib! Warte hier. Ich geb dir mal die Hälfte von meinen. Eins, zwei, drei. Hier hast du 30. Ich hab noch ein paar mehr. Hä, wo? Hast du ne Kiste? Nein, der Kiste ganz rechts. Äh... Da müssen wir einmal nach links und gucken, wo so ein Dschungel ist. Jo, dann mach ich noch ganz schnell Fackeln. Go! Und... Nitro! Brrrrrrrr! Ding! 99 und 15. Das sollte reichen. Und ich hab nen goldenen Schlüssel. Damit können wir ja auf ner Himmelsinsel ne Ding aufmachen. Ja, aber den brauchen wir jetzt ja noch nicht. Hast du, äh, Tränke? Ja, ich hab 23 Heiltränke und 10 Schwache. Welcher Heiltränke? Äh, normale und schwache. Okay. Oh, wie können wir denn nochmal die Achter brauchen wir ja Pilze für? Ich glaub, die hatten wir alle aufgebraucht. Äh, die Albtraum-Spitzhacke nehm ich mit, gell? Ja, ja. So. Ja. Du kannst an Items alles mitnehmen, nur tu mal dein Geld hier in ne Kiste. Hab ich schon, hab ich schon. So. So. Aber bevor wir losgehen, Micha, war das hier unsere Revisionsfolge. Damit wir wieder alle wissen, wie weit wir denn eigentlich waren, könntest du dein Ding wieder einstecken. Und deswegen in der nächsten Folge finden wir einen Dschungel. Hier, ich lass ihn dir verfaulen. Okay. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.